Ich bin Xavier von Mandach. Ich arbeite als Baustellenchef bei Implenia. Mit der Firma Frutiger hat Implenia eine Arbeitsgemeinschaft gemacht, um die zweite Gotthardrohre zu bauen. Für die zweite Gotthardrohre sind zwei Tunnelbohrmaschinen im Einsatz, eine im Norden und eine im Süden. Die Tunnelbohrmaschine ist 110 Meter lang, gleich lang wie ein kleines Zug und hat einen Durchmesser von 12,30 Meter. Sie wiegt über 1.800 Tonnen. Die 15 Elektromotoren bringen eine Leistung von 7136 PS. Die Tunnelbohrmaschine wurde in Süddeutschland produziert und sie wurde per LKW transportiert. Dafür haben wir über 110 LKW gebraucht. Hier in Göschenen und im Süden in Eirolo wird die Maschine zusammengebaut. In Göschenen gibt es ein Vortunnel von 591 Meter lang. Das ist ein Tagbautunnel außerhalb der Berge. Nach dem Tagbautunnel haben wir den Voreinstitt. Danach gibt es eine Strecke als lockeren Gestein. Diese Strecke geht durch das Ausrufsmaterial vom Eisenbahntunnel, der in 1882 erstellt worden ist. Nach dieser Strecke befindet sich vier Kilometer im harten Fels. Danach kommt die Störtzone. In der Störtzone kann man nicht mit dem TBM fräsen. Es gibt ein Risiko, dass die TBM zerklemmt wird. Deshalb machen wir den Vortrieb konventionell mit dem Bagger. Wir versichern das mit Bögen, Anker und Spritzbeton. Die Bohrmaschine wird von 12 Meter bis 20 Meter pro Tag machen. Der Bohrkopf macht zwei bis vier Umdrehungen pro Minute. Ein Ring besteht aus sechs Tübingen. Das sind Betonelemente, die zusammengefasst macht ein Ring. Wir werden im Durchlaufbetrieb arbeiten. Da sind knapp 50 Mitarbeiter. In der TBM arbeitet ca. 15 Mitarbeiter pro Schicht. Ein Teil, ca. 12, sind auf der Maschine und versorgen das Material von außen nach innen. Und auf dem Installationsplatz haben wir drei Mitarbeiter, die das ganze Material vorbereiten. Die Hauptaufgabe der Vermesse ist, dass sich die Maschinen im Norden und im Süden in der Mitte treffen. Für das benötigen sie sehr präzise Tachometer und sie kommen regelmässig im Tunnel und kalkulieren die Achsen. Nach dem Vortrieb wird die TBM demontiert. Es wird in kleine Teile demontiert und abtransportiert. Die Hauptteile wie Vortriebzylinder und Steuerstand werden für neue Projekte wiederverwendet. Die Airschlle die TBM für auf der Luca Summe, Maschinen vom800-2-13000-2252. Sie in Probably von 5 km von 4.5 kg gilt für travel bäume, Ausrüstchen zu readInnen. St. багlia und 50.000 zu smarter, die Mai und 59.000 drüben wird da. eternally, oberprin ...